Hallo ihr Lieben, ich bin seit gestern von den Piraten hier nach Kruplenz eingeladen worden und wir drehen hier ganz viel Videomaterial, damit wir euch im Wahlkampf zu ganz unterschiedlichen Themen was erzählen können. Es sind tolle Sachen bei rausgekommen. Ich freue mich auf die nächsten Wochen, wenn dieses Material veröffentlicht wird. Morgen ist Familientag, ich habe aber auch eine Kolumne abzugeben. Ich schreibe eine Netzweltkolumne für die Heimatzeitung in Schleswig-Holstein. Am Montag bin ich eingeladen von den Piraten in Stuttgart zu einer Veranstaltung mit dem Datenschützer und Netzexperten Alvar Freude. Wir diskutieren, was die digitale Revolution für den Mittelstand bedeutet und am Dienstag bin ich in Ulm eingeladen. Ich spreche mit Anja Hirschel darüber, wie sich unsere Städte verändern im Zeitalter der digitalen Revolution. Also eine spannende Woche steht an. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.